hey ihr krassenhalzer und herzlich willkommen zu einem kleinen beam ng3 spezial video von mir und heute möchte ich mal zeigen wie man seit dezember 2015 im beam ng3 mods installiert früher hatte man ja die version gehabt man ging einfach auf computer lokaler datenträger c dann auf benutzer logischerweise auf seinen namen also heute könnt ihr hier ausblenden da steht halt irgendwas anderes bei euch je nachdem wie ihr es benannt habt dann auf eigene dokumente und denn bei beam ng3 gab es den ordner mods und da musstet ihr den ordner einlegen einmal level und einmal vehicle einmal also die level da rein ich muss nicht nur level er klappt schon alleine und vehicle ist halt die ganzen fahrzeuge das braucht ihr jetzt nicht mehr tun wenn ihr eine zip datei mit einem mod runtergeladen habt dann schmeißt ihr diese zip datei einfach nur noch beim mods rein ihr müsst nichts mehr entpacken gar nichts mehr tun einfach die zip datei hier rein das ist eine version wie ihr derzeit bei beam ng3 mods installieren könnt dann gibt es noch eine zweite und dafür gehen wir direkt ins game gehen dann hier auf dieses fragezeichen also das ist hier so ein help frq und da haben wir hier unten so eine kleine rubrik where can i find mods und haben auch sofort einen link dazu auf diesen link klicken wir drauf da kommen wir direkt auf die beam ng homepage und hier müsst ihr euch anmelden ihr könnt ihr euch aber direkt mit eurem steam account anmelden da dann irgendwie das spiel mit dieser homepage hier verlinkt wird das ding ist nämlich wenn ihr beam ng3 nicht gekauft habt könnt ihr euch hier auch nicht anmelden und kommt nicht in die mod sektion rein von dieser homepage also ihr müsst das game gekauft haben wenn ihr hier mods runterladen wollt anders geht es nicht auch mal ganz ehrlich wer sich mods für beam ng3 runterlädt er hat eigentlich bekanntlich auch das spiel ne außer er ist halt ein ruhiger raubkopierer tja der muss sich dann andere wege suchen hier habt ihr dann jeweils so ein kleines forum da steht dann der jeweilige mod drinnen zum beispiel hier rainbow road das ist dann halt ein level was ihr euch runterladen könnt sieht sehr interessant aus soll ich vielleicht mal eine mod verstellung mit reinschmeißen sieht echt interessant aus cool tja dann habt ihr hier eine kleine beschreibung von dem mod hersteller um was es hier geht ein paar schöne bilder wie ihr hier sehen könnt und hier drunter ist ein kleines forum wo die leute halt sagen wie sie das so für nice work i remember in the old days someone wanting to play this map aha schöne arbeit ich erinnere mich damals wo ich noch alt war da wollte irgendjemand diese karte mal spielen cool ne where are you wow mushmap very color wow hoho hoho mutschmap sehr farbig hoho tolle kommentare die man hier stellenweise so lesen kann aber interessant sind dann halt diese beiden buttons hier da haben wir einmal install und einmal download now download now ladet ihr die zip datei runter die ihr dann in c bla bla benutzer bmg mods reinschmeißen müsst ihr drückt einfach nur install so ich drücke da jetzt mal drauf dann sagt er hier dieser link muss mit einer anwendung geöffnet werden logischerweise mit bmg drive drückt er einfach nur ok wenn er jetzt zurückgeht in das game dann seht ihr hier lädt er diesen mod runter und installiert den automatisch also ihr müsst gar nichts mehr tun es ist da das einzige was halt sein kann ist dass ihr das game nochmal neu starten müsst damit ihr den mod seht wir gucken jetzt einfach mal wir gehen mal auf free room und hier sehen wir es wir brauchen es nicht neu starten die hat er direkt schon den mod installiert supergeil ihr könnt einfach mal nichts verkehrt machen ja freunde so sieht es aus so installiert er derzeit ich bei bmg drive mods wie gesagt seit dezember 2015 ist das so seit dem update ich hoffe ich konnte euch damit helfen falls ihr probleme damit hattet also ich selber hatte da ein paar probleme mit ne weil ich das überhaupt nicht mitgepeilt hatte dass sich das geändert hat musste mich dann erst wieder reinwurschteln und damit euch das nicht passiert habe ich mir gedacht mache ich mir dieses video oder mache ich einfach mal dieses video weil direkt bei youtube gibt es derzeit sich noch kein video dazu das ist eigentlich schade gut jetzt gibt es eins okay freunde wie immer würde ich mich freuen wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet über ein like und ein ein abo tue ich mich immer riesig freuen bis zum nächsten mal eine schöne zeit und ciao